Durchs Reden kommen bekanntlich die leidsamen, wie man immer wieder sagt, manchmal aber auch die Parteien und im Idealfall sogar eine Koalition aus mehreren Parteien bestehend. Ob das auch in der kommenden Woche der Fall ist, das ist noch unklar. Fest steht jedenfalls, dass es zu Treffen kommen wird zwischen der FPÖ, die hier ein Treffen auch mit der ÖVP bzw. mit der FPÖ koordiniert, bevor der Bundespräsident dann am Freitag wieder an die Öffentlichkeit herantritt und sagt, wie es weitergeht. Die FPÖ selbst, die hat ja E-Mails verschickt an die SPÖ und auch an die ÖVP und momentan feilt man in den Parteizentralen daran, einen Termin tatsächlich auch zu finden. Auch der Ort ist noch vollkommen unklar, ob das jetzt das Parlament ist oder ob das ganze anderen Ort stattfinden wird, das steht zur Stunde noch nicht fest. Fest steht jedenfalls aus Sicht der FPÖ, dass der Ort ein runder Tisch sein soll, ob man dann tatsächlich auch an diesem Tisch zu Einigungen kommen wird, vor allem seitens der FPÖ mit der ÖVP. Das darf insofern bezweifelt werden, als Bundeskanzler Nehammer ja erst kürzlich in einer Videobotschaft hat wissen lassen, er ist den Wählern, also 1,3 Millionen Österreichern, im Wort. Es werde keine Koalition mit Herbert Kickl geben. Und die SPÖ, die hat kategorisch ausgeschlossen, mit der FPÖ eine Regierung zu bilden. Somit blieb eigentlich nur der Bundespräsident am Zug. Der will allerdings noch etwas zuwarten. Wir sind gespannt, was die kommende Woche bringt und ob man dann schon näher ist, auch hinsichtlich etwaiger Sondierungsgespräche.